In diesem Video möchte ich euch bis zum Talschluss von Saalbach hinter Glemm führen. Am hintersten Parkplatz geht es circa zwei Kilometer zu Fuß oder mit dem Bummelzug leicht aufwärts zu der Golden Gate Brücke der Alpen. Die Golden Gate Brücke ist ein Bestandteil des Baumzipfelweges. Sie ist circa 200 Meter lang und überspannt den Ursprung der Saalach von einer Talseite zur anderen. An der mittleren Stelle ist die Brücke circa 42 Meter über dem Bachhof. Der Baumzipfelweg ist ein beeindruckender 600 Meter langer Weg zwischen den Bäumen und bis zu 30 Meter über dem Waldboden mit zahlreichen Treppen und Plattformen mit Erlebnisfaktor. Neben einem Hochseilgarten, Holzpark und Jump and Slide Park gibt es im Talschluss noch das Teufelswasser, eine art magische Welt im Zeichen des Wassers. Viel Spaß beim Video! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Musik